Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Vergessene Schatten anzunehmen bei Alonsus Faol in der Nesavlich-Tempel an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich mich in den Dämmerwald begeben. Dazu gehe ich jetzt zuerst nach Dallavan, ist ja klar. Und nehme von DAUS das Portal nach Sturmwind. Das ist dieser Sieg, ganz links. So, und dann geht es zu der Quest-Position. Die ist nämlich hier. Flug dauert nicht allzu lang. Im Dämmerwald. Und bin ich schon. Da ist es. Quest ist dann abzugeben bei Mika Belfort in Dämmerwald an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschau. Musik 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 Musik